Es dauert ja manchmal sehr lange und zieht sich fast durch ein Drittel des Lebens, wann man für einen Stoff plötzlich wach geworden ist. Ich habe 1985, in der unvergesslichen Zeit der Schaubühne hier in Berlin, eine Aufführung gesehen von Interieur und L'Antrus. Und als ich dann Antrus zum ersten Mal auf der Bühne sah, habe ich hinterher gedacht, also irgendwann mache ich das mal. Ich weiß nicht wann, aber so blieb es dann auch erst mal in meinem Kopf. Aber ich war so beeindruckt davon, weil ich wusste, wenn ich das mache, dann wird es etwas sein, was ich noch nie gemacht habe. Und bis ich dann eben im letzten Jahr den Auftrag bekam, nun im vorletzten Jahr für die Deutsche Oper dieses Stück zu schreiben. Da war ich natürlich dann ganz glücklich, denn nun wusste ich, wo ich mit dem Stück hingehe, nämlich wieder nach Hause. Dahin, wo ich 1955 angefangen habe. Die Handlungen dieser drei Stücke sind ja sehr, sehr schlicht, sehr einfach. Wir haben L'Antrus, der Eindringling, auch das ist natürlich der Tod. Eine Familie sitzt um einen Tisch, im Nebenzimmer liegt eine Frau, die gerade ein Kind entbunden hat, liegt da mit dem Neugeborenen. Und dann passiert irgendwas. Ein blinder Alter am Tisch merkt, da kommt doch jemand rein. Und alle anderen verleugnen das und sagen, na, da ist doch nichts. Und dieser blinder Alter, aber der weiß es. Und wer es noch weiß, ist eben das Neugeborene, das Kind, aus dessen Reaktionen man merkt, auch das spürt, dass da jemand kommt. Es ist der Tod und der Tod kommt ja dann nur, um sich ein Opfer zu holen. In diesem Fall eben die Frau, die entbunden hat und im Kindbettfieber liegt. Auch im Interieur ist der Tod sozusagen unsichtbarer Akteur. Wieder ist es eine Familie, doch wir sehen sie nur stumm im Hintergrund. Stattdessen erleben wir, wie die Nachricht vom Tod einer Tochter zwischen zwei Menschen im Vordergrund verhandelt wird. Man muss es der Familie sagen. Die beiden überlegen, wer von uns soll es sagen? Wie soll man es denen beibringen? Und die Übermittlung der Todesnachricht sehen wir dann auch nur stumm als Szene im Hintergrund. Der Dritte bei Weitem Größte, der Tod des Tante Gilles. Tante Gilles lebt mit seinen Schwestern Ygrin und Bélanger zusammen. Doch nun soll er zu seiner Großmutter. Die beschreibt Ygrin als eine alte Königin, die Angst hat, dass ihr die Macht entrissen wird, dass sie die Macht teilen muss. Und die Schwestern ahnen, dass Tante Gilles Tod geplant ist. Zusammen mit einem alten Agloval versuchen sie ihn zu beschützen. Beim zweiten Versuch wird er entführt, in ein Verlies gesteckt. Und Ygrin muss miterleben, wie er stirbt. Bevor ich angefangen hatte zu komponieren mit dem Ganzen, wusste ich genau, wie es aufhört. Dass es eben am Ende von La Morde Tante Gilles wieder in den Anfang von L'Antruz zurückgeht und dann würde das Ganze wieder von vorne beginnen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020